Hammerhead. Flint Hammerhead. Hammerhead, das ist, äh, war in Top Gear. What? Hammerhead war früher auch mal... Flint Hammerhead, das war mal ein Anime. Der hatte so einen fetten Hammer und das war sein Vater. Und damit konnte er durch die Zeit reisen und so. Die Zeitdetektive! Flint Hammerhead! Gib mir den. Gib mir den. Ich will bei dir rein. Wie bist du denn? Ready, ready, ready. Oh, der ist schnell. Nein, ich wollte... Nein! Okay, ich hab eben im Fahrzeug. Yeah! BTR, Junge. Okay, ich hab sogar den Schießpartner. Was macht das hier? Mämämämämämämämämämämämämämäm. Ach ja, hier blockiert die Waffe ja irgendwas. Oh, ich hab Flairs gemacht. Weil, sieht man wieder, wie gut die Steuerung noch verherrscht. Mach mal L3, dann fährst du schneller. Oh, stimmt. Das war ja was. Ah, ist eingefallen, weil der Typ aus Wohlen ist. Der Battlefield Pro wieder am Start. Oh Mann, ey. Ich glaube, wenn wir das dann zu... Oh, nee. Du hast doch gar keine Ahnung, wo du hin willst. Nö, ich war einfach drauf los. Aber jetzt haben wir die auch schon fast eingehen. Das sind Helios. Oh mein Gott. Oh, da. Markier. Muss man ein bisschen hochgucken. Flick mir mal da rein. Den geilsten Winkel hat er ja auch nicht. Warte ja auch nicht. Boah, hast du den getroffen? Nee, aber sah so aus. Der kommt von hinten, der fickt uns gleich. Flares! Oh, da hinten ist ein Enemy. Ich kann nicht. Ich schieße aber den Hubschrauber ab. Oh, der ist rausgesprungen, oder? Da kommen noch mehr Hubschrauber. Okay, da wird ein Hubschrauber. Mal schön ein Watt geben hier. Boah, ich hab die schon 17 Schnau... Oh, oh, oh. Was ist das? Was ist das? Fette AT-Rakete. Nee, das ist ein anderer Panzer. Mach den Gott. Bom, Junge! Oh, ich muss mich mal reparieren. Autolader. Reparieren, reparieren. Oh, da war es das Lambo-Emblem. Oh, ich wurde befördert. Schon wieder? Oder wurde ich jetzt erst befördert? Ah, ich hab keine Ahnung. Oh, ich wurde jetzt erst befördert. Gold Battle Pack! Gleich öffnen. Muss ich öffnen. Battle Pack, das müssen wir jetzt. Oh, von hinten! Ich muss Battle Pack aufmachen! Ich muss hier reinfahren, ich muss hier in Sicherheit bringen. Ah, nichts spannendes Ball. Okay, kann weitergehen. Von vorne, ja? Ah, wir werden anvisiert von irgendwas! Ah, ich hab keine Flares! Ich sehe gerade überhaupt nichts. Nee, rechts und links sind die überall. Ja, ich treffe alle irgendwann mal. Ah, ich hab... Ich würde schon mal gerne reingehen, aber wenn wir da reinfahren, dann sind wir auch direkt kaputt. So, da steht irgendwo ein Heli. Ach ne, doch nicht, der fliegt. Das sah gerade auch vom Lips so aus. Da! Der ist dann abgesprungen. 2002 abgesprungen. Mach ihn doch kaputt, du Charakter! Er ist in der Stein! Ja, auf den hab ich auch geschossen. Ich hab den auch mal zweimal angehützelt, so. Oh, wir fahren den gerade auch zu vor dem Mais. Hier fliegt irgendwas! Was? Er hat so eine Mini-Drohne oder sowas. Ja, voll nervig. Guck mal, wir kommen hier gar nicht durch. Das ist weißes hier kaputt. Aber wir haben noch einen L.A.V. oder nicht? Könnt ihr nicht schwimmen? Do it! Ja, wir kommen tatsächlich durch. Wir sind richtig gut, ey. Da sind Bienen da vorne waren da gerade. Ich weiß nicht, ob die da noch sind. Was ist das Teil da? Der kleine Maus-Droide. Wie im Star Wars. Oh, oh. Dreh, dreh, drehen! Da am Rand! Okay, ich nehme die rechte, linke Seite. Ah, ich hab einen Hitmarker. Er ist tot. Jetzt ist auch nicht mehr weggekommen. Wo ist denn die Flagge? Sind die einfach nur Gegner, dass wir das nicht einnehmen können, oder? Ja. Au, ah, hinter uns! Ich weiß nicht wo. Da, hinter dem Container! In dem roten Container! Hinter dem! Hinter wem? Ach da! Zieh ihn! Ab ihn! Äh, du hast zwei, siehste? Hab ich? Ja, mach zu gerade. Wir sind zu weit weg, glaube ich, von der Flagge. Oder? Goll. Ah, das war einer von unten. Da hinten steht einer. Der ist irgendwo reingelaufen. Links, da kannst du reingelaufen. Ah, da kommt er! Hitmarker hab ich ihm gegeben. Noch mehr Hitmarker. Ab ihn! Ab ihn! Ja, hier sind einfach zu viele! Ja, hier sind noch zwei Punkte. Quasi auf dem Haufen. Aber wir nehmen die halt gerade nicht ein, weil wir mal eine Flagge einnehmen. Nee, wir sind noch nicht mehr in der Nähe. Wir haben ja keinen Balken da unten. Ja eben. Wollen wir mal ausspringen? Oh, einfach links, 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 links! Oh, ich bin rausgesprungen, ich muss hier weg! Der ist, äh, immer noch linke Seite. Ah! Ich bin tot. Wir sind dabei. Ja, da. Mal oben. Der liegt ja noch, ja, ist tot. Okay, den oben hab ich. Ah, da sind zwei. Äh. Ah, beide tot. Hier I am. One, two, three. Okay, jetzt. Soll ich jetzt mal aussteigen? Aber ich hab nämlich die Angst. Ich steig aus. Okay. Ich lass den jetzt ja einfach stehen. Wir sind gefickt, wenn da jetzt einer reinspringt. Go, go, go! Don't save! Nehmen wir einen, wir nehmen das ein, wir nehmen das ein. Okay, der ist aber ziemlich komisch. Der ist aber reingesprungen. Der ist hinter dem keinen Tank und läuft auf der Seite. Ja, ich weiß. Jetzt kommt der vorgegangen. Der kommt. Pardon! Ah, jetzt hat er mich doch noch von zwei. Ich bin auch tot. Ja, weil du auf mir gespawnt bist, da waren jetzt zwei Typen wieder drin, ey. Mann, Team! Hilf doch! Hilf doch! Wir können doch nichts jetzt weiter. Echt mal, Alter. Was für ein Noobs. Ja. Oh, hier D sieht gut aus. Das ist interessant aus. Wieder sinnvoll für den Panzer. Aber okay. Was für ein Panzerabwehrschreck. Ne, wie heißt das Panzerfaust? Panzerabwehrschreck, Junge. Okay, ich versuch dem in den Arsch zu schießen. Bleib mal stehen, Fotze. Okay. Natürlich hat er jetzt gerade seine Abwehrmaßnahmen eingeleitet. Ah, ich hab keine Entdeckung mehr. Aber da ist noch ein Panzer. Ja, das ist im Battlefield manchmal so. Die war auf einmal weg. Au, 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 au. Ah, verdacht. Links ist noch einer, aber da war noch ein Panzer. Ja. Ne Schwebepanzer. What? Oh, lol. Scheiße, jetzt hab ich nen Jet. Awesome. Ja, das sind nicht die gleichen Steuerungen wie in GTA. Echt nicht, Alter. Äh, und hier brauche ich den... Eagle. Da. Äh... Da ist ein falscher Helikopter, genau westlich von dir. Ah, ne. Ups. Alter Vater. Da fliegt doch doch was rum. Ah! Versuch mal hier wieder zu Fuß ein bisschen was zu machen. Mach das. Hahaha. Woah. You got shot. I just got guard. Oh. I love it. Wechsel ich die Waffen? Dreieck? Ja, tatsächlich Dreieck. Hahaha, wir aussteigen. Nein! Ja, ich glaub das Kreis. Was ist da los? La 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 la. Oh oh. Eieieieiei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Helikopter hinter mir. Und da wurde ich zugebombt. War das bestimmt der. Ne Viper oder sowas. Ja, hab ich gesehen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Komm, nehm mal da die eine Flagge ein. Egal. Beschissen. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-bam. Ba-ba-ba-ba-bam. Wah, ich bin abgestürzt. Oh, Thomas. Warum machst du sowas? Weiß ich nicht, aber das ist voll langweilig da oben. Was ist denn hier? Ge-ba-ba-ba-ba-ba-bam. Baam Junge, Baam Junge, Baam Junge, was das denn für Geschütze hier? Stütz bei D. du schau war ich kaputt ich treffe dich damit du nicht gefützt hier du bist voll die shotgun loll ich hab den sogar getroffen was für eine reichweite hat das selten jetzt muss er nachlaufen hey geht da weg ok ich wollte mal gucken da bei C da sind welche bratz mal in den Bunker rein alter wo fliegt der singe mal hin da kommt ein jet oh er ist abgestürzt da hinten ist ein schneemobil da nehmen wir uns nochmal ein snowspeeder schon mal ein bisschen hier einspielen für die kommende battlefront ist echt so alles gut geparkt ja aber es geht auch über stein im stock wollen wir wieder da rein und das saven go ok hier hoch oder da aussteigen da aussteigen äh äh kreis hilfe oh hier ist ja gar keine tür wie geht das ne viereck ok 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 oh hier ist leider da sind noch zwei gegner laufen gerade weg glaub ich auch eine granate wow geil oh da kommt einer von rechts oh mein gott bin ich scheiße oh da stand noch mehr auf der hat die Tür zu gemacht der Pisser ja das sind zwei Leute der macht die Tür auf die Tür zu machen das ist ja so ein schrotflinden hier sekundär da wollte ich eigentlich mal die desert eagle mal wieder nehmen hier der diegel die eagle die ist nämlich geil ich hätte den mest haben sollen Mist ey jetzt bin ich mir bei dir gespawlen und einfach nichts gedrückt was machst du denn sowas ey weiss nicht röpsa 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 so haben wir jetzt irgendetwas wo wir uns fortbewegen können außer unseren Beinen das Ding geht heftig oder geht das sieht gut aus woop woop jetzt ist auch noch der Bollies da sind ein Panzer gespawlen buch ein Hover Tank oah oah aber er hovert lol da ist disco voll drunter blubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblub was ist das für ne Stas lol der hat da eigene Typen umfalt hay si ich weiß das nicht oder ist einfach irgendwo ein Sniper und ne Viper oah das hat sich gerein what ja hier ist ein Heli bei uns Vielleicht hat der den einfach gekillt Ja, mit dem normalen APG So hoch ist Gott bin ich dann auch Treff ich direkt Okay, wieder nach 1 Ja, keine Ahnung Die beiden Flaggen sind halt mega nah beieinander Das heißt, wenn wir uns die machen holen Ja, den treff ich niemals Ich dachte, der kommt tiefer Okay, C wird schon eingenommen Wie auch immer wir zu C kommen Rechts ist ein enemy hinter der Mauer liegt der Du bist gleich bei dem Guck nach rechts, Junge Alter Mit meinem fucking Karabiner Komm ich da überhaupt nicht hin Darf man ins Wasser oder stirbt man dann? Weiß doch, als wenn du vergessen hast Dass man hier schwimmen kann Ja, aber das ist doch kaltes Wasser Ach so, ja, das ist natürlich dann was anderes Mann, ich komm hier nicht hoch Los Hin da, jawohl Nein, Kreis Warten wir das andere noch Andere Frage einnehmen Merke Kreis ist nicht nach Hallo, wie macht man hier denn die Tür auf? Ist die Krasse die Tür oder auch? Nein Oh, hier ist die knapp Ja, hier ist gerade Ach, du bist da dead? Enemy is dead Da steht noch einer auf der Treppe, ich bin tot Kannst du dich aber eben hoch... Ne, der kommt Oder? Ja, der kommt Kannst du jetzt eben... Killen und die 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 Ah hey Ehh Es hat ihn überrascht, dass ich da war Lull Da ist ein Panzer in der Nähe Multi kill Loow, was geht bei dir hier? Nein Ah, f**k Was haben wir jetzt gemacht? Ich wollte wiederbeleben, hab's verkackt Oh man ey! Noobie 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 Wo geht's überhaupt lang jetzt? Ich weiß es auch nicht, das ist das Problem mit neuen Laps machen, weiß ich überhaupt nichts Wie geht's runter? Da ist, ich glaube mal Richtung Panzer Wenn wir mal ein bisschen kaputt machen Oh, da ist ein Special Weapon Was ist das? Enemy, 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 enemy Ey, was ist das? So ne Drohne, glaub ich, du fliegen kannst Ich T1, Actipire, ausnehmen LOL Ach, das ist diese Mücke Die mich vorhin an die Mücke Der Panzer hier steckt fest Haha, der ist reingefallen Go Kann ich jetzt fliegen? Äh, ja Wie mache ich das jetzt? Keine Ahnung Oh, der geht schwimmen Tschüss Panzer Hahaha Oh, 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 oh Der ist vor der Möhre schwimmen gegangen Oh, ich hab's kaputt gemacht Wo ist der jetzt rausgegangen? Ich bin da, wo der Panzer, der weiße Panzer steht So, in die Richtung bin ich einfach immer gelaufen Leil, ist das Eis weiter kaputt gegangen? Oh, leil Der Panzer ist ja gerade schwimmen gegangen im Loch Und ist dann komplett versunken Ich bin tot Panzer Au, leil, wie ist der irgendwo Undefinierbares Mann, ja, jetzt haben wir hier die Kills getauscht oder was? Oooooohhhh Oooooohhhh Kill the trailer Gehöl jetzt hin Wollen wir sagen Wieder B B B NINE Jetzt bin ich im Helikopter Einmal zu viel gedrückt Ja, egal Ich komm Verlufteinsatz Komm ich zu dir wieder rüber Warte, ich muss jetzt hier den Ausgang finden dann war noch ein fleckchen einnehmen da dann hier okay so wo noch eine neue ich bin tot ach da war ein panzer den habe ich übersehen tatsächlich ein enemy hallo das ist die nächste plage jetzt Ja, und da steht Panzer vor der Tür, zumindest vorhin Ja, ganz nach hinten Boah, ich hab den sogar getroffen Boah, der schießt zurück Ja, der schießt zurück Hier gibt's Ballistik, ne? Ich weiß, beim ersten Mal hab ich den noch getroffen Der versteckt sich gerade Feige Sau, kommt doch her Ups, das war Messer? Kommt mit Messer nicht klar Nein, das heißt nicht ein Ups, sondern ein Noops Ups Hey, komm jetzt ja geil in die andere Ecke und dann L2, oh, Granate! Was ist das Scheiße? Nobi, 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 nobi Lass mal zu, E oder F Ist das F oder E? E laufen Das war nicht von dem F, konnte ich das gerade nicht unterscheiden Okay, das ist gut, ist doch schon wieder ein Panzer da irgendwo Und halt R1 immer swammen, damit der Gegner spotte Wir sind keine Ja, gut vorwacht, das war Ja, ne? Oh, da ist einer von uns Spot, spot I spotted a delicious donut Oh hier, wir mischen unsere Minen Leute, der Typ ist tot Hinten drinnen, ich war oben, er lebt den wieder Was ist er? Oh Leute, ich werde besnipern Oh hier ist Sniper am Werk Oh, da kommt doch einer Oh, da ist tot Oh, aber mal leben Aber richtig wenig Soll Also um Holz Dingens Danke Bitte Ich kann dir im Gegenzug nur erwärmen aus meiner Aus meinem Brunsenbrenner gehen Jetzt also ich ein bisschen abdance Ich weiß nicht Komm nachher Oh, hinter uns Hinter uns LOL Oh, da ist der Heli auch noch Da hatte ich einen Celifliegen, müsste ich mir jetzt auch... Hey, ich lebe wieder, danke! Ist der Typ schon tot? Das ist mein Job Medi-Kid-Rib Medi-Kid-Ribber Ihr schießt den Sniper Ja, ich lauf immer zurecht um Geschützwasser stehen Da haben wir ja so Ah, da ist schon ein Typ Ich weiß nicht, wo der ist Nein, wir laufen einfach Wohin? B? Oder so? A A A A A A Ja, ist auch ziemlich schwierig, Leute Da oben ist ein Hubschrauber Mach doch mal weg da Der schwebt grad Der hovert Weißt du so? Oh Oh, schade, da hat sogar was Oh, über uns Ach, den meinst du? So ist jetzt Ja, den Oh, der Der Typ ist rausgesprungen Oh mein Gott, ich seh nix Ich glaub der ist tot Nein, da lebt noch einer Aufmerksamkeit Wo sind hin? Wassah hin, wassah hin 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 Wann sind die überlebt denn Egal, zurück zu A Auch wenn man das gleich in den Rücken schießt Okay, zu B Oder C Vielleicht können wir das Spiel ja noch drehen Ja Ja, das ist mein Blick Oh geil, falls du hier mal aufgemacht hast So, da ist ja auch Blamo drauf, aber falsch hier Ja Getraded Es wird überall drauf gepackt Für Marketing Ja, wir müssen auch mal so viel machen Fallschirme und Wagen Und Panzer, wo wir dann das Emblem drauf haben Oh, Enemy Mega geilen Merchandise Scheiß, oh Gott, das ist mega viel Ich muss noch da Oh, da sind Enemies Hinten durch Linke Seite, Enemies Enemies Oh, da ist einer Ah, stirbt Okay, hab ihn Der ist gerade von oben runter gesprungen mit dem Fallschirp Nice Der kennt die Map wohl Alter, ich glaube ich hab keinen Boost mehr What? Ne, echt nicht, das ist ja behindert, erstmal einen Boost reinkloppen Wie geht das? Start Ah, Viereck Hier, 200 Go Jetzt müssen wir die andere Seite noch ein Oh, Hover Tank Der ist Disco Disco Ich hab kein Amor mehr fürs RPG Ist auch kaputt Oh, Sniper auf einer Seite Oh, oh, hier kommt einer Ja War der oben? Ah, fuck, gegenseitig getötet Ist der oben? Ne, der ist tot Ich hab ja gesagt, gegenseitig Oh nein NEIN Oh, ich hab ihn sogar gekillt Wir haben auch schon wieder einen Kill getauscht Hab ihm gerade in die Leiter hochgeklettert Aber einmal stand er da oben direkt vor der Leiter gegangen Aber war zuunfähig mich noch rechtzeitig zu killen Jetzt hab ich ihn auch gekillt Scheiße, ey Oh, ja Oh, hier ist einer Oh, hier ist einer Wie zählt denn, Mann? The other fjall Ah, von hier, ja Hier ist auch eine Treppe, die du hochlaufen kannst Da... Da drüben Ich bin verwirrt, wo ist der? Hallo? Hallo? Ja Hier oben scheint Nimo zu sein Ich glaub jetzt mal gerade zu B rüber Ja, mach die Tür zu Ist da Äh, ich glaub ich bin auch im Weg dahin Von oben und von unten greifen wir da an Voll koordiniert und so Geil, hier hat ne Taschenlampe Ich glaub die hat den bisschen... Wieso macht der den Kill nicht mehr zu? Ein Enemy ist hier Wow, hier hab ich Naja, der D... den ich meine, der D gibt noch Und weiter durch Okay, jetzt ist er tot Wow, we control objective bravo Also ist schon nicht falsch, die beiden Flaggen hier zu verteidigen Ja hier kann man Ja hier kann man Hier ist auch ein U-Brot Das noch konstruiert wird Weil das noch nicht runter... das runterfallen lassen kann Doll Da ist ein langer Gang So... Ja, da hier ist unten Von hier kommt doch einer Oh, der ist tot Okay, wenn du den gefüllt hast Das ist auch so, dass er sich einfach hingelegt Nee, den hab ich weggefallen hatte Weil ich aber ein bisschen überrascht Das ist ne Mine Kann ich kaputt noch Kann ich Ich könnte sie aufnehmen Oh, Usen, der hat gezündet Der steht da oben immer noch Wo? Ich wollte das gerade aufnehmen Ha 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 WAIT Was ist das? Leucht jetzt Ach, da oben Der lässt das dann die ganze Zeit runterregen Das ist voll die fangige Sau Ja, dann sag das doch Dass es runterregnen lässt Die war voll irritiert Ich hab gesagt, dass der da oben immer noch steht Ich wusste nicht wo Ich kenn die Web doch nicht Ja Was ist das denn? Mal genauer angucken Wollte ich gerade aufheben Er hätte das nicht machen können Alter, das ist das behindert Ha 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 Ich hab's auf euch geballert Also das ist böse Da laufen wir nicht nochmal hin Da gibt's nur einen Weg runter Und der wird das immer weiter runterwerfen Unwissende Leute wie uns Kann man da mit einem Echter hat nutzen, ey Fuck, der trifft ja trotzdem Scheiße, der wirft das bald genug Thomas, versuch's trotzdem einfach weiter Ja, ich komm grad auf den Schießen Ja ha 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 Mann ey Loll Das ist ein Pfanzer in der Mitte Mit einem Schwebepanzer Äh, okay, dann geh ich mal lieber jetzt nicht runter Musst du bei mir spawnen Die Flagge nehme ich gerade ein Und das gefällt mir gar nicht Loll, die nehmen... Ne, doch nicht Wir nehmen C ein Ne, die nehmen C ein Ne, die nehmen C ein Ja, hier ist es irgendwo gewesen Ne, kann doch sein, dass hier einer ist Da ist einer nämlich Weil wir drei Leute sind Der ist nur einer Okay, hab ihn Flaks, Junge Flaks 74 Das? Oh ja Da können wir sich nur diese Shotgun-Schüsse in der Mitte durchficken, ey Ficken Hä? Ficke Ficken Oh, der steht da um der Ecke Der steht da um der Ecke Der steht da um der Ecke Okay, mach den zu Dann kann der eben mit seiner Fucking Shotgun nicht reinschießen Fucking Shotgun-Geschütze, ey Fucking Shotgun-Geschütze, ey Der steht da um der Ecke 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 Ich würde ihn ja schon gerne wegholen, aber Ich sterbe wenn ich da reinlaufe Und die nehmen gerade B ein Da ist einer Ja Oh Uah Oh Klasse Der Werner hat voll Ich war gerade am schwimmen, wollte da wieder aufs Eis drauf und dann hat mich ein Sniper da beim Hoch Wuppen hat er mich dann geholt Die sind da aber auch, das ist halt Knotenpunkt hier die bei Oh nein Wieso hab ich denn hier gespott? Alter, ich bin normal beim C gespawnt und da war ich Direkt an der Stelle, wo der Typ das C4 runterwirft Und tot? Hier, nein, nicht durch den, jetzt durch den anderen Da sind halt Biegen auf der Flagge, aber Scheiße Das ist halt neben mir quasi schon noch explodiert, kurz bevor ich gespawne Die sind genau an der Flagge Naja, das sind mega viele Ja, hab ich dann auch gemerkt Also zu B So, wie komm ich hier raus? Oh, ah Loll Warum bist du nicht bei mir gespawnt? Achso, du hast schon gelebt Ja, ich dachte, du wär so Ja, ich komm doch Bin doch nur bei B Jooo Mitm RPG links sitzt er, wenn du nach oben bist, in der Etern 2 Oh, die fluch an mir vorbei Ok, jetzt spawn wieder bei dir Immerhin hast du's versucht Da unten ist einer Er ist tot, ich hab dich getötet, alter Maul Nein, mich wiederzubeleben, meine ich Ja, ich musste den erst töten Der unten ist einer Ja, ey Was ist denn hier gerade so laut? Die läuft gerade hoch Der kommt da links raus Der hinter ist tot Der andere ist tot Der andere jetzt auch Teamwork Ich schieß dich an Ah Da sind mindestens vier Leute Ich sehs Oh Gott Hilfe, ich komme Jetzt hat die Gewerke geblitzelt Alle so Was ist denn der Dön? Ich seh grad nix Oh shit Oh snap Ich seh nix Alter, was ist denn los? Granate Da ist ne Claymore Da ist ne Claymore, nicht hengen Einen hab ich geholt Da ist aber noch einer Oh, da sind noch mehrere Komm, zeig dich du Hube Ja lol, der ist voll in die Claymore Ok, einer wieder down Einer down dahint Ob da mehr sind, weiß ich gerade nicht Nee Nee, klar Ja, aber nicht zu weit vor Dann liegt er wieder Jopp, da liegt wieder Z4 Hehehe Okay Der Typ geht da hin Lass mal gucken Wir beobachten den Typen jetzt einfach Der schließt da drauf, ja Das hab ich vorhin auch schon versucht Jetzt fiel schon die Granate Das ist schlau Aber das ist noch nicht kaputt Jetzt geht er hin Oh, da kommt noch ein Typ Oh, der kontert C4 Der kontert Bam Und jetzt? Was macht er jetzt? Oh, er hat ammo vergeben Oh, er ist ein richtiger Teamplayer Oh, C4 ist da wieder Oh, zwei Stück Oh, zwei Stück So ein Stück Hehehe Oh, er geht da hin und Oh, warte mal hin Kann man da nicht durch? Nee, ne? Weil der stirbt ja Alter, ist das weg geflogen Alter, das ist aufgekommen aus dem Faschhaus Okay, lass mal wieder hier zurück Dass wir hier drücken Alter, als ob der Typ da das ganze Spiel steht Ja doch So wie es aussieht Oh, Mann, ey Kann man da einfach anders auf Das ist nicht langweilig hier Da muss man irgendwie oben hinkommen doch Ja, da ist eine Leiter Entweder kommt man von außen da irgendwie noch hin Oder es gibt halt nur diese eine Leiter da hoch Aber was ist das für ein Spot Lass mal hier links hochgehen und versuchen da hinzukommen Dödes Dann messern wir den, wenn wir da irgendwie anders hinkommen Wir sehen ja auch paar Map, wo dieser Ganglobin ist, oder? Oh, weiß ich nicht Oh, ich werd abgeschossen Von wo? Von links irgendwo Aus der Ferne Da Oh, Gott Das war ein LAV Lauf einfach Ich laufe Ja, ne, er hat dich nicht gesehen, oder? Oh Schwer zu sagen Ich glaub hier Oh, da ist er Ich hab ja einen Der hat die Tür auf und zu gemacht Oh, oh Schnapp, ich bin tot Nein, doch nicht Na Da sind mehrere Leute Oh, jetzt bin ich tot Ja, da fliegen auch ganz viele Loll Von hinten Von hinten Von hinten, ich kann nicht Ich bin tot Ja, dann guck mal, dass ich die von hinten hab Ich bin jetzt ein bisschen am Ich bin jetzt ein bisschen am Nein, da hat auch ne Kleber Oh mein Gott, Alter Da sind voll viele drin Ist doch nicht nur der eine Typ Ist doch nicht nur der eine Typ Ist doch ziemlich asozial wie die da spielen Null Liegt grad nichts am Fahrstuh, glaub ich Ich geh mal gucken Hoch da Ich glatte jetzt gerade die Leiter hoch Suchst du Naturally Alles cool Oh nein! Der kommt weiter raus Oh master du 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 okay, weißt du? cackle oh und dasppingt oben rechts auch rechte Seite steht der hier ja, wo landst du? ja, manchmal wer was spaß hat da sind jetzt wieder mehrere du alter, was sprengst du? Lass mal andere Flaggen einnehmen, lass die werden da eh freiwillig nicht verkehren Mann, Alter, wieso kann man sich denn selber töten, ey, wie dumm muss man denn sein? Du sah aber klopstig aus Da oben bist du ganz Ja, ich hab ein Schneemobil geholt Ja, ich seh das wohl Das D ist am nächsten dran He wants the D Da rechts ist einer Oh Gott, Alter Ich streck mal eben kurz aus Es ist voll kompliziert zu schießen, wenn du fährst Der ist tot Boah, ich kann mir gar keine Medikits helfen Hä, wo ist unser Mopper denn? Hier ist noch ein Typ, oh ich bin tot Der ist immer noch, auf meiner Leiche Oh Leute, da ist noch einer, scheiße Musst du können Hab ihn, da ist aber noch einer weiter links Links, 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 noch her Doch hoch LLV auch Ne, jetzt war aber ein Typ, der mich abgeschossen hat Der LLV kam noch dazu War ein extra-geschoss Schleg mich hier mal hin, wa? Jo, mach das Low profile Au, au, der LLV sieht mich, das hat mich Loll, ja, ich konnte nicht mehr spawnen War vielleicht besser so Oh man COP, also ganz viele LLVs Ich weiß nicht, ob das diese sind, die wir vorhin schon gesehen haben Ich spaw mal bei F Ja, das sind wahrscheinlich die, die da oben alle drin sitzen Man Man Wer snipe hier denn schon wieder? Boah, hab ich sie irgendwo, hab ich sie es glaube ich gesehen LoLuling Ne, links von uns und hinter uns Ich hab einen in der Ferne... Oh, einen links, ja. Direkt neben dir. Doch, ein Baum! Das ist aber noch einer, den hole ich jetzt. Ja, ich weiß, aber noch einer habe ich gesehen. Das habe ich nicht. Der kommt, der guckt hier gerade hin. Der hat mich gerade mit der Rex... mit der Matten geholt. Der ist jetzt auf meiner Leiche. Unter dem Baum. Okay, der ist tot. Nice. Vergessen wir das Durchdrücken. Aber immerhin sieht man jetzt, wie lange man noch hat, um... ...den wiederzubeleben. Da ist noch einer irgendwo. Da. Es sind sogar zwei. Eine lebt noch. Guck gerade. Er ist tot. Wenn der Diegel die Klee hat. Ja, wo... Hier oben waren... die sind jetzt beide tot. Der hat runtergerutscht. Ja, Hopper ist jetzt schon mal glitschig. Ja. Und eisig natürlich. Oh, die Flaggen... Die Wangen gerade. Wo lang? Rates Bond. Hört man das... Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. What the fuck? Ich hab nen Indier Kopfhörer drin. Durch meinen Mund. Wahrscheinlich. Weil auch voll der Durchgang ist. Von Ohr zu Mund. Aber... Dann kommt das einfach so aus. Das ist tatsächlich. Über deinen Wangenknochen. Deswegen, wenn du schlecht hörst, machen alle Menschen automatisch den Mund auf, damit sie besser hören. What the fuck? Ja, wenn man so sagt, du verstehst das nicht, sagst du bitte. Und dann hast du gleich den Mund geöffnet. Meist, oder alle. Au. Eigentlich quasi. Au. Hilfe, was denn? Im Haus. Was ist das? Was ist das? Zwei Enemies. Und L.A.V. Ja, ne, das ist nicht so cool. Na, das ist unser L.A.V. glaube ich. Links von uns ist auch. Kannst du mich holen, die sind beide tot, die mich im Visier hatten. Ja... Oh. You tried. Ey, wirklich. Da sind überall welche hinter uns. Ey, ich hab nen Schwebepanzer jetzt. Oh scheiße. Oh Gott. Da ist einer rechts von dir. Auto. Man kann... Äh, der Panzer dreht sich mit, wenn man das in ne bestimmte Richtung bewegt. Ich kann mich gerade gar nicht bewegen, was ist denn hier los? Hm, seh ich nichts. Hallo. Ich bin doch nur nach vorne. Da ist einer, direkt vor uns. LOL. Von hinten. Hab ich. Kam angerannt. Vorne. Ein Stück. Hab ich. Den hinten hatte ich übrigens. In der Einstieg. Ich kann nicht vorwärts hoffen. Ey, vorwärts. Kommst du überhaupt klar mit dem Ding hier? Ja, ich komm nicht nach... Ich komm nicht nach vorne. Seitwärts geht. Oben. Oben auf dem Dach. Ich komm nicht nach vorne. Ich komm nicht nach vorne. Ich komm nicht nach vorne. Mach doch mal R2. Und schießt du dann. Oh. Ja, ich dachte, weil er sich auch so schon bewegt. Ja, du hast das nach oben stellbelegen, Stick und so. Ja, ja klar. Aber... Ich hab das halt nicht bemerkt, weil sich der Stick, wenn ich ihn nach links und rechts und hinten bewegt hab, dass er sich dann auch einfach normal bewegt hat, weißt du? Ja, das war ein Minen. Ja, dann achte ich auch so. Egal, wir haben aber ganz gut aufgeräumt mit dem Panzer. Wir haben D geklärt. Clear, Junge. Clear. Und jetzt müssen wir mal wieder in der Mitte da zu den beiden Flaggen. C. Okay, go. Let's do this. Au. Treppe. Achso, da kann man gar nicht durchlaufen. Da kommt noch mehr. Toot. Zwei Stück. Hier geht ja richtig die Luzi. Bei B. Oh ja. Da sind mega viele. Aber eigentlich zu schlecht. Oh ne, wir haben die Flagge verloren. Hm, das wollen wir jetzt bei A. Oh, das ist ein Heli. Willst du nochmal versuchen? Okay. Oder wollen wir lieber hier die Flagge sichern? Wir sind nämlich umverkehrt. Ja, nämlich. Taktikeinstieg. Taktikeinstieg. Aua, ich hab voll einen abgekriegt. Eine Spawnbarke. Wollen wir die Containers wieder aufmachen? Ach. Oder steht die hier oben grau. Ach, von hinten, hinter mir. Der kommt jetzt. Er ist schon im Haus. Um den Container rum. Die Spawn-Bug ist gleich oben drauf Wir müssen den Heli holen und da drauf liegen Jetzt ist er weg, jetzt ist er gerade despawned Jetzt ist er kaputt Hier ist auch ne Leiter, Problem gelöst, wir nehmen einfach die Leiter Ich weiß nur noch einmal, genau das wollte ich gerade sagen Aber es ist schon relativ knapp gewesen Ja, wir haben schon wieder die Emission runtergedrückt Ja, wir haben auf jeden Fall nicht so Colossal auf den Sack gekriegt wie beim ersten Mal Ja, beim ersten Mal sind wir auch auf der Hälfte eingestellt Ja stimmt, es liegt ja nicht an uns Oh, Battlepack freigeschaltet Junge Oh, noch kein Level ab Ja, mit den Ribbons vielleicht Oh, was ich ja alle kriege Toll Würde ich mich nie ausrüsten, weil ich so im Kacken Boah, natürlich kriege ich das nicht Kein Level ab, ja Kurz davor, so ein Mini, so ein Pixel War da einfach nur so ein Streif Wow, wie viele Ribbons kriege ich Boah, A-Squad? War das A-Squad? Haben wir das? Haben wir keine A-Squad-Ribbon gekriegt? Ich glaube hier den Blackblock, wie ist es? Ne, Killassist Squad Warp habe ich hier Killassist, die sah so aus Mit zwei Mann Squad auf so einem großen Server Ja Deswegen war ich ja so verdattert So, what? No Oh So If So